Wir sind heute in der Werkstätte der HPV UZLJ Lobby. Wir bieten Menschen mit einer Beinträchtigung einen Arbeitsplatz und eine Ausbildung an. Und heute haben wir unsere Besonderungsfolge, weil das Team von Coop da ist und sie unterstützt bei der Arbeit. Wir dürfen heute hier als Team gemeinsam etwas Gutes machen, was ich nutze will. Ich bin mega beeindruckt, was hier geleistet wird. Ich sehe auch, wie stolz sie sind, auf das, was sie machen. Und ich muss sagen, wir sind extrem offen aufgenommen worden und Freude ist wirklich beidesseitig spürbar. Ich sehe auch, wie stolz sie sind, auf das, was sie machen.